Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagesenergie am 8. Dezember 2018 Wodrauf sollen wir achten, dass wir die Energie in Harmonie bringen? Erstmal die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt die Kraft. Dann im inneren Gleichgewicht bleiben, unserem Denken und Fühlen in Harmonie bringen. Dann unserem eigenen Energiefeld achten, weil das ist unsere Anziehungskraft. Und das beeinflusst unser Leben. Es gibt auch ein Gesetz und dieser Gesetz besagt, Gleiche sieht Gleiche an. Es lohnt sich, unserem eigenen Energiefeld in Ordnung zu bringen. Dieser Energiefeld entsteht von unserem Inneren, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Wir sollen auf unserem Gedanken achten, das kontrollieren. Und auch auf Gefühlen achten, weil Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht, Neid, Zorn, Wut und Hass gehören zu zerstörerischen Energie. Von solchen Gefühlen verabschieden. Es gibt auch andere Einflüsse von anderen Menschen, von der Umgebung auch. Also wir sollen auch die Kontakte achten. Und es gibt auch die kosmische Energie. Und das, was ich bei diesem Tagesenergie vermittele, weil das ist eine Wandlung, ändert sich Tag zu Tag. Und schauen wir an. Nach indischer Berechnung, weil ich finde, die indische Berechnung ist präziser. Sonne befindet sich in Tierkreis zeichnen Skorpion. Und die Tierkreis zeichnen Skorpion gehört zum Wasserelement, symbolisiert die Gefühlen. Und Sonne gibt die Licht, mehr Klarheit über unseren Gefühlen. Mond befindet sich in Tierkreis zeichnen Schütze. Die Tierkreis zeichnen Schütze gehört zum Feuerelement. Ich setze Mond zum Feuerelement. Das ist die Begeisterung, die Aktivität. Und Mond ist ein Symbol für unseren Gefühlen. Und all was uns begeistert, sollen wir auch in Bewegung setzen. Mars befindet sich in Tierkreis zeichnen Wassermann, gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Das ist die Kraft. Mit dieser Kraft behaupten wir uns in unserem Leben, setzen wir alles in Bewegung. Bedeutet aber die männlichen Personen. Merkur befindet sich im Tierkreis zeichnen Skorpion, gehört zum Wasserelement. Merkur ist der Planet für Handlungen, Kommunikation, Austausch. Und hier handelt sich um Gefühlen, nach Gefühl handeln. Oder über Gefühlen sprechen ist wichtig. Jupiter befindet sich auch in Tierkreis zeichnen Skorpion, also Wasserelement. Ich setze Jupiter auch hier zum Wasserelement. Jupiter vertritt die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und zeigt auch die Ungerechtigkeiten in unserem Leben und zeigt unserem inneren Sonne, unserem Größe, damit wir damit auch bewusst sind. Und wenn wir dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstwertgefühl haben, dann schenkt Jupiter uns Glück. Venus ist die Liebesplanet, das Weibliche symbolisiert auch die Damen, ist im Tierkreis zeichnen Waage und das gehört zum Luftelement. Saturn erdet, Saturn ist in der Mitte, belehrt uns auch nach indischen Berechnung, bewegt sich in Tierkreis zeichnen Schütze, zeigt etwas. Das ist die Bewegung, die Begeisterung, Aktivität, Reisen und Sport und auch Zielsetzen, dass wir orientiert sind und bestimmen wir die Richtung. Das ist die Lärmaufgabe. Wenn wir das Bild anschauen, erkennen wir sofort, es fehlt die Erde-Element. Wie bringen wir das in Harmonie? Wir bringen das in Harmonie, wenn wir dieses Ungleichgewicht ausgleichen und betonen wir heute die Erde. Und das ist die Realität, die Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, auch die Finanzen. Natürlich hilft auch, in Natur zu sein, raus in die Natur oder das zu bewundern oder im Garten noch etwas zu machen. Also das hilft, dieses Gleichgewicht zu finden und um die Finanzen zu kümmern oder dieses Gefühl zu haben, Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit schenkt uns dieser Ausgleich. Kabbalah bestimmt die Engel. Das ist ein System und die Kabbalah besagt, dass jeden Tag herrscht ein Engel über den Tag. Die heutige Engel ist Engel der Tröstenden, hilft Menschen in Vertrauen zu bleiben, auch die Vertrauen in sich selbst, die Fähigkeiten, Talente zu verstärken. Dieser Engel hilft Problemen lösen, etwas klären, hilft uns von Abhängigkeiten, von Unterdrückungen zu befreien, spendet uns Trost, gibt uns Kraft, beendet eine Zeitperiode und klärt unseren Gefühlen, schenkt uns Freude und Fröhlichkeit. Das war die Tagesenergie für 8. Dezember 2018. Ich möchte noch mein Angebot ankündigen und das gilt bis 31. Dezember 2018. Eine Videoberatung, selbstverständlich anonym. Das beinhaltet eine Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für 25 Euro. Ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlicher Astrologie oder nach indischer Astrologie oder nach chinesischer Astrologie. Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsortbuchung ist ab sofort möglich. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Raunechte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben. Es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte eine E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir eine E-Mail. Beschreibt eure Lebenssituation. Auch was wollt ihr verändern, verbessern. Ob das beruflich ist oder finanziell. Oder betrifft das die Liebe Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt. Auch eure Wünsche und Sehnsüchte. Aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist. Weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten. Passt auf euren Persönlichkeit. Passt auf euren Lebenssituation. Und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus ein Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl. Wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu. Zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sterne soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen. Die weibliche Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich. Oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamidici.com Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.